Sicherlich nicht. Aber es ist jetzt auch nicht total schrecklich. Also, man merkt es natürlich schon, aber es ist ein Endeffekt, ein Hornstark. Aber natürlich ist es unerheblich, wenn sie aufsteigen. Wenn sie die Stärken loswerden, werden wir doch nicht zweitelassen. Schaden kann ich nicht. Wenn Sie mal schauen, Sie sehen, wie ein Gegenstand einzeln. Sie sehen, dass Sie hier sind. Sie sehen, dass Sie hier sind, die sind wirklich Löcher. Und diese Löcher gehen die Saugnacken. Die können so lang werden, wie sie liegen. Sie sehen sich praktisch an der Weile entlang. So, ich zeige Ihnen mal die Oberfläche. Sie sehen, dass das Oberfläche ist. Sie sehen, dass Sie hier sind. Sie sehen, dass Sie hier sind. Ich Sie sehen, dass Sie hier sind. Sie sehen, dass Sie hier sind.